Hallo, ich bin Amelie und ich bin Coach für die Kreativpiloten. M? Ist das ein Wort? Aus dem Fenster gucken, mit meinem Smartphone, mit sehr viel Nachdenken über negative Sachen. Eine App, die mir sagt, dass ich nicht so viel nachdenken soll, vielleicht? Mh, Gedanken lesen. Mit Steinen verkaufen an der Straße. Ja, weil unsere Nachbarn alle sehr, sehr freundlich waren und uns sehr viel Geld gegeben haben. Produktdesign machen, wahrscheinlich, Unternehmerin sein, hoffentlich. Man hat viel gelernt und kann dementsprechend viel besser weitermachen. Man meint genug Zeit für alles zu haben und macht gerne mal mehr Projekte, als man eigentlich Zeit für hätte, aber am Ende klappt es dann doch. Mh, mehr Projekte in einen Zeitraum zu bekommen, das eigentlich unmöglich wäre. Ja. Und fertig ist die Concorde unter den Fliegern. Tada! Dschüss. Bis zum nächsten Mal.